Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollstars. Heute sind wir auf meinem Hauptaccount. Heute sind wir auf meinem Hauptaccount. Heute sind wir auf dem Rollstars. Heute sind wir auf dem Rollstars. Wir werden schon in die Hunde kommen. Ich weiß nicht, was für eine Quest ich machen soll. Ich würde die mit der Bibi machen. Obwohl, du kannst... Du kannst mit dem Boxer... Du kannst mit Bibi... Das Ding ist, ich muss... Es ist ein langweiliges Gameplay, weil ich jetzt campen muss. Sonst wird das Video 10 Jahre dauern. Deswegen ist es jetzt nicht so gut. Aber... 2 sterben und dann Ich glaube, es geht um die Röpenschläge, um die Schöne zu schütteln, um die Schöne zu schütteln. ich hab genau ich hab die bürze von 20 50 ein bisschen jetzt mal eine beschwertes in games und so leute ist ich weiß ich habe es leise gestellt aber es ist immer noch so laut das kann man doch machen ich könnte ein bisschen länger ich kann nichts machen ich weiß nicht ob ich die bb erstmal droppen soll und danach bisschen aber so scheiße denn sonst schaffen die müssen noch dreimal es machen also das video würde ich will jetzt ein bisschen kämpfen was ist ein super optimales worum der acht wird wir müssen die runde zu haben müssen wir noch noch einer das wird ein bisschen optimal ich fand ich das video dann schon beenden soll ich gewinne das können wir auch machen ich fand auch extrem kämtern oder eine andere Quests können wir auch machen. Ich muss gucken. Ich muss drauf. Na gut. Ich bin noch ein paar Mal. Ich bin noch nicht mehr. Wollte ich nicht mehr? Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. spiel ich bin jetzt wünschen jetzt ohne dann ist sie sie Ja ok, so ist es easy, hier. Du kannst das. Ich habe das dritter. 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 Ich werde es nicht mehr aufhören. Watch it, Nerd! Swit, Swit, Swit. Watch it, Nerd! Swit! Mir wird schon ziemlich hoch. Auf einmal. Dann haben wir die Quest. Wenn ich hätte, hätte ich gerne einen Livestream gemacht, wo ich eine Quest mache. Ich finde das so wichtig, dass das Dreiw-Buskern geht. und da an Dreiw-Buskern ist der특 Knopf. Und dann ein Schuss und dann kann ich das Dreiw-Buskern weg. Ich bin jetzt wohl noch ein bisschen strecken, aber... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also in 3 Matches ist es so gut. Und halt auch wieder... Oh, man hoffs jetzt eigentlich schon bis zu Glow zu kommen. Aber wie ist das denn? Man kann ja eben gar nicht spielen. Man kann ja nicht spielen. Ich hab den halt auch vorher mit dem ganzen Quest halt auf 17 gemacht. Und ich halt auch die ganze Quest machen muss. Das ist tatsächlich weh. Der Einer war eliminiert und ich will 24 Stegner mit Mortis. Und deswegen hab ich ein bisschen gepusht. Aber ich versuche jetzt mehr Def zu gehen und da... Geht's auch eigentlich. Ist ein Ball hier eigentlich schon? Weil... Ich hoffe, es geht auch um einen Ballen zu kommen. Also noch nicht so vieles. Aber ich bin ein Ballier gestimulter. Als ich dann, werfe das oder? Ich bin ein Ballier. Nie finde ich aber noch. Ich bin ein Ballier. Ich bin ein Ballier. Ich bin ein Ballier. Ich bin glücklich zehnmal. Ich hab schon... Ich hab ja nicht vor, zehnmal mit Pipa zu gewinnen. Ich hab gerade mal einen Mal geschehen. Oh mein Gott. Also... Okay, ich bin einer. Cool, cool jetzt. Cool, cool. Cool, cool. Cool, cool. Cool, cool. Ich finde persönlich, Leon ist der Beste irgendwie. Bei Leon macht es halt krank einfach. Und... Damage macht der eigentlich... Oh, Power 1 macht der Gastendamage auch. Und dann ist Leon und Leon macht der schönes Damage. Fünf, zehn. So, jetzt werde ich mal ein Geld schicken. Und dann... Hier. Okay. Das ist Tümen! Okay, gut. Noch einmal und dann beende ich das Video. Oh, cool. Das ist der D.O. Z.O. 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 Neu, viele PEOPLE... Ihm, müssen wir da zynnen. Es ist ein Loch wie Geschichte. Nö, elf, acht, acht, acht Euro. Ach, vender... wen das interessiert ich bekomme jetzt das wochenende wahrscheinlich wird dann ich bin ich ganz sicher ja dann würde ich dann sagen das war's mit dem video und ja bis zum nächsten mal und heute